Hier haben wir den Beauty-Dish von Quennox mit dem Portable Flash Bracket. So sieht er aus. An der Rückseite sehen wir jetzt, wie wir hier durch das Lösen der Schraube den Beauty-Dish neigen können, nach oben und nach unten. Dadurch hat man natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, dann das Licht zielgerichteter einzusetzen. Wir haben also jetzt hier das Set, so wie es aufgebaut ist, der reine Beauty-Dish. Dazu gibt es dann auch einen Diffusor, der ein etwas weicheres, verstreuteres Licht macht. Und natürlich auch, last but not least, den Wabenvorsatz, der also über den ganzen Beauty-Dish sich erstreckt. Ja, das ist der Beauty-Dish von Quennox mit dem Portable Flash Bracket.